Das Liebesorakel zeigt heute die Gerechtigkeit. Wenn in eurer Partnerschaft etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, ist es jetzt höchste Zeit für eine Entscheidung. Diese sollte wohl überlegt sein, gleichzeitig vorwiegend mit dem klaren Verstand getroffen werden. Wenn bei euch alles in Ordnung ist, zeigt die Karte eine gute Balance zwischen euch.